Morgen liebe Traderinnen und Trader, die neue Handelswoche startet. Ich hoffe, jeder hatte ein gutes Wochenende und der ein oder andere vielleicht sogar ein verlängertes Wochenende. Heute hier nach dem, ja sag ich mal, politischen Nachrichten aus der SPD reagiert der DAX auch mit einem ordentlichen Abschlag. Aber das ist halt wie es ist. Wir schauen neben dem DAX heute auch noch auf den DAO und das Gold. Alles hier, guten Morgen Ludger, alles hier zusammen in dem heutigen Live-Webinar. Fragen wie immer gern direkt bitte hier in den Chats auf GoToWebinar und auch auf Facebook. Und damit gehen wir hier schon mal in den Markt hinein mit dem Risikohinweis. Der ist wichtig, den bitte ich wie immer auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es mittlerweile, der Handel Mitte Wiesen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das von weg. Und dann gehen wir gleich mal in die Nachrichten hinein. Da wir letzte Woche Freitag keine Wochenvorschau gemacht haben, beginne ich heute mal mit den wichtigsten Nachrichten. Da wir gleich auch in die Tagesvorschau gehen, geht die Wochenvorschau hier mit dem Dienstag los. Wir bekommen interessante Daten aus Großbritannien vom Einkaufsmanager-Index. Wir kriegen aus der Eurozone die Verbraucherpreise. Und am Dienstag dann am Nachmittag spricht der FED-Vorsitzende Paul. Am Mittwoch geht es dann weiter. Wieder Großbritannien beginnt den Reigen hier der wichtigsten Nachrichten mit dem Einkaufsmanager-Index. Diesmal nicht fürs Baugewerbe, sondern für die Dienstleistungen. Aus den USA bekommen wir den ATP-Beschäftigungsindex, also die Änderung dieser Seite. Wir bekommen den ISM-Einkaufsmanager-Index und diesmal wieder ganz nach Plan am Mittwoch die Rohöl-Lagerbestände. Am Donnerstag geht es dann weiter. Wieder Start hier mit Großbritannien. Der Bank of England, Governor Carney spricht. Wir bekommen um 13.45 Uhr den Zinssatz für die Einlagen hier bei uns in Europa. Um 13.45 Uhr dann sozusagen die Zinsentscheidung. Und um 14.30 Uhr hier die Pressekonferenz der EZB. Da sage ich auch schon mal, da treffen wir uns vorher hier genau auf Facebook. Da mache ich einen Livestream, da bereiten wir uns ein kleines bisschen vor, was so kommen kann. Ich würde mal sagen, so 14 Uhr starten wir hier. Dann schauen wir mal, was DAX und Co. machen. Und eventuell die ein oder andere vorbereitende Trading-Situation auch auszumachen. Am Freitag bekommen wir dann noch die Non-Farm-Payrolls aus den USA und die Arbeitslosenquote. Das alles für den Mai hier in der Wochenvorschau. Und damit schwappen wir rüber zu den heutigen Tagesnachrichten. Wir haben aus China schon erste Informationen bekommen. Da hole ich mir die Zahlen gleich nochmal auf den Schirm. Und zwar der HSBC-Einkaufsmanager-Index. Wir sehen hier, wir hatten eine Erwartung von 50 Punkten. Am Ende waren es 50,2. Also genauso wie im vorherigen Monat. Was wartet heute noch auf uns? Um 9.55 Uhr bekommen wir aus Deutschland den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Um 10 Uhr dann das Ganze für die Eurozone. Um 10.30 Uhr gibt es aus Großbritannien den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Also wir haben diese Woche die, sag ich mal, Großbritannien-Woche mit dem Einkaufsmanager-Index. Wir bekommen es aus Europa und den USA. Also eine ganze Menge los von dieser Sache. Schon hier am Vormittag und am Nachmittag geht es dann weiter. Um kurz nach 3, kurz nach 15 Uhr spricht in den USA ein FOMC-Mitglied. Wir bekommen um Viertel vor 4 den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Um 16 Uhr dann den ISM-Einkaufsmanager-Index ebenfalls für das verarbeitende Gewerbe. Und hier mit Blick auf die Beschäftigung. Also all das Ganze kommt hier um 16 Uhr dann den ISM-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Und dann spricht am Abend noch ein FOMC-Mitglied. Also auch der heutige Tag wieder picke, packe, voll mit Nachrichten. Wir haben eine Nachrichtenwoche vor uns hier. Das kann einiges an Bewegung bringen für die Märkte. Und das Ganze müssen wir natürlich immer auf der Uhr mithaben. Gut, machen wir weiter hier im Text. Und zwar springen wir gleich hinein in die wichtigsten Charts. Wir starten hier und heute mit dem Dow Jones US 30 hier. Das Kürzel, wir sehen es. Ich hatte es in der letzten Woche schon mit avisiert. Viele, viele Indizes, wichtige Indizes haben wichtige Marken gerissen. Wir sind in dem, wenn wir uns mal auf die Woche stürzen kurz, wir sind massiv hochgelaufen. In vielen, vielen Märkten sehr, sehr weit hoch. In einigen, wie zum Beispiel im Nasdaq oder im S&P 500 haben wir zwischenzeitlich sogar Allzeithochs geschrieben. Also wenn wir uns das mal hier anschauen, hier sind wir übers Hoch gegangen im Nasdaq. Hier sind wir übers Hoch gegangen im S&P 500. Und jetzt kommen halt die Gegenreaktionen im Dow Jones. Sind wir noch nicht übers Allzeithoch drüber gegangen. Nichtsdestotrotz, es ist einfach steil nach oben gegangen. Und jetzt gab es hier einfach eine Situation, wo wir aus charttechnischer Sicht unter wichtige Marken drunter gefallen sind. Und hier stellt sich uns Trader jetzt natürlich die Frage, wie geht es hier weiter, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Hier mit Blick im Dow auf diesen roten Trend, den ich hier eingezeichnet habe. Der hat wichtige Marken rausgenommen. Wir haben hier ein Support Level gehabt, um die knapp 25.200 Punkte Marke. Da sind wir durchgegangen. Hier mit Blick auf den größeren Trendverlauf. Dann, wir sehen es hier, haben wir den Support um die 24.750 Punkte Marke gehabt, wo sich hier im grünen markierten Aufwärtsbereich der Trend fortgesetzt hat. Da sind wir am Freitag an diesem Level zum Stehen gekommen. Wir sehen es hier, der Schlusskost war bei 24.778 Zählern. Und heute Morgen hier mit einem ordentlichen Abschlag auch nach unten in den Handel reingegangen. Und das Ganze ist jetzt sehr, sehr spannend zu sehen. Wie geht es weiter? Zwei Dinge können ja hier passieren. Entweder der Markt fällt weiter, einfach steil nach unten. Ungewöhnlich wäre es nicht. Wir haben ja am Wochenende wieder erlebt, die Verschärfung des Handelsstreites zwischen USA und China. Das heißt, aus Nachrichtenseite her könnte der Markt schon weiter auch Druck von oben nach unten bekommen. Das muss man mal abwarten. Auf der anderen Seite, wir sind jetzt hier mit einem Schlag unter dieses Level gefallen. Würde es auch nicht wundern, wenn wir hier in dieser weit gelaufenen Bewegung mal eine Gegenreaktion sehen. Wir sehen es aktuell, ist der Markt ja ein bisschen nach oben gelaufen. Es ist alles noch vorwürstlich. Aber wenn die Händler dann hineinkommen, kann es auch gut sein, aufgrund der weiten Bewegung, dass irgendwann mal Gewinnmitnahmen einsetzen und dann der Markt etwas beginnt, hier nach oben zu laufen. Was wären dann Anlaufpunkte? Die sehen wir hier beispielsweise, je nachdem wie weit der Rücklauf kommt. Aber hier mal das Hoch vom Freitag um die Marke von 25.081 Punkten. Und das wäre mal ein Anlaufpunkt, beziehungsweise etwas oben drüber haben wir ja noch das Ausbruchslevel hier. Die Marke von 25.000, knapp 226 Punkte. Da hätten wir noch einen Anlaufpunkt, wenn es nach oben geht. Mit Blick nach unten, wenn diese ganze Verkaufsstory noch kein Ende hat und dieser nach unten laufende Trend hier in der Stunde sich einfach weiter fortführt, haben wir hier das nächste Support Level um die Marke von 24.243 Punkten. Und das Ganze schauen wir uns wie immer auch noch mal in der Stunde an. Wir sehen hier in der Stunde, wie schön der Markt nach unten gelaufen ist. Also hier der ganze Abwärtsschub ist da. Hier ist mal, ich mache es mal ganz klein, ich rücke es mal ganz kurz, ganz eng zusammen hier. Hier, das sehen wir, das ist der Trendverlauf des Tages. Und was wir hier sehen, ist einfach schön der Bewegungsverlauf in der Stunde. Und hier sehen wir einfach, jetzt geht es wieder rein in den Zoom-Markt hier. Wir haben hier Bewegung, wir haben korrektive Phase, wir haben Bewegung. Und das, was wir jetzt hier sehen, das ist einfach korrektive Phase. Und wenn sich hier die Aufwärtsdynamik etwas nach oben fortsetzt, dann ist das die Korrektur der Stunde. Wenn sie weit genug läuft, kann man das schön auch zum Traden mitnehmen. Wir sehen ja hier im Bereich des Tagestiefs, haben sich dann Käufer gefunden. Und wie schon gesagt, wir haben hier ein Gap Close. Das könnte man mal avisieren, wenn der Markt hier weiter nach oben läuft. Eine interessante Marke. Und wenn wir dort dann nicht abprallen, sondern drüber hinauslaufen, dann haben wir doch die Chance, etwas mehr Gegenbewegung zu sehen. Prallt der Markt dort ab, so what, dann ist es so. Dann können wir wieder die Unterseite hineingehen. Heißt also, was wir dann gesehen haben, wäre das hier die Korrektur der Bewegung. Und wenn es zum Abprall kommt, hier irgendwo in diesem Bereich, und der Markt wieder nach unten rumdreht, dann wäre es einfach nur die Fortsetzung des Stundentrends. Und wenn wir uns das dann auf Tagesbasis anschauen, dann haben wir hier die Türen halt offen bis unten in den nächsten Support-Bereich hinein. Schauen wir uns das Ganze mal noch im DAX an. Hier wieder schön der Tageschart vom DAX. Und hier im DAX sehen wir jetzt noch vorbürstlich schon ein bisschen was von Umkehr. Wir sehen es auch hier. Der DAX an sich ist raus aus seinem Abwärtstrend, hat hier erst einmal diese Marke schon mal unterbrochen und jetzt nach der Korrektur den Abwärtstrend auch bestätigt und gebildet. Wir hatten das Freitagstief hier unten bei 11.660 Zählern. Da sind wir heute Morgen direkt mal kurz drunter gelaufen. Der Markt hat gedreht unten an der 200er-Tage-Linie. Das heißt, wir sind jetzt hier dran, den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage zu testen. Noch markieren wir ja oben drüber und wir sehen hier, ich mache mal kurz diesen Punkt hier weg. So, das brauchen wir jetzt nicht. Wir sehen hier schön die Umkehr und auch hier, wenn diese Umkehr tatsächlich Bestand hat, dann wird es interessant, was hier oben an dieser Marke passiert. Das heißt, hier, wo wir Freitag den Schlusskurs hatten, irgendwo um die 11.700 Punkte Marke, da ist ja der Markt runtergegeppt jetzt über Nacht und wenn wir hier die Stärke reinbekommen, dann ist es zum einen aus kurzfristiger Sicht erst einmal sehr, sehr interessant, was macht der Markt hier an dieser Linie, dreht er wieder rum oder aber schafft das drüber. Wenn er drüber springt, dann ist es halt wirklich interessant, wo er hinlaufen kann. Aus rein korrekturtechnischer Sicht, wir sehen ja hier, wie weit die Bewegung im untergeordneten Trend hier gelaufen ist, das schauen wir uns auch gleich in einer Stunde an. Da haben wir schon die Chancen, wenn die Stärke bleibt oder reinkommt, dass wir etwas höher laufen. Aber man muss halt schauen, wenn das Geld in den Markt kommt, wie geht es beispielsweise auch in Berlin weiter. Die politischen Geschichten, man sagt zwar, politische Börsen haben kurze Beine, nichtsdestotrotz könnte es durchaus passieren, dass genau diese politische Lage aktuell in diesem gesamten Spannungsumfeld dazu führt, dass wir hier deutlich nach unten laufen. Herr Trump ist übrigens ja auch hier bei uns in der Nähe. Er ist in London, da kann auch einiges an Störfeuer kommen. Das müssen wir alles ein bisschen mit auf der Uhr haben. Aber wenn wir das ganze Rauschen mal komplett ausblenden und uns lediglich hier auf die Charttechnik beschränken, dann sehen wir das, was ich gerade auch erzählt habe und so ähnlich gezeigt habe, wie es im Dow Jones, den hatten wir im Detail, das hier ist der nach unten laufende Trend, das wir schön in der Stunde sozusagen sehen. Und der aktuelle Stundentrend, das ist ja dann dieser hier, also das war mal die Bewegung hier im Tagesschat. Und hier sehen wir, wie sich diese ganzen Ärmchen gestalten in diesem Bereich hinein. Und da sehen wir halt, dass wir momentan die korrektive Phase haben. Und wie schon gesagt, das letzte Korrekturhoch, das haben wir hier oben, stehen um die Marke von knapp 11.750 Punkten. Da müssen wir drüber, wenn wir das schaffen, dann haben wir Chancen hier nach oben zu laufen. Wie schon gesagt, hier haben wir beim Bewegungstrend der Stunde, der hier nach unten läuft, ein Ausbruchslevel, guter Anlaufpunkt. Und nächste Marke, wenn der Markt das wirklich wuppt, dann hier oben das Hoch bei ungefähr 11.926 Zählern an dieser Stelle. Nach oben hin ist da natürlich weiterhin alles offen. Da muss man sehen, was kommt. Aber, und das ist jetzt der große Punkt, kommt das hier nur einen kurzen Zeitpunkt zum Tragen, dass der Markt hier korrigiert und der Markt dreht dann wieder rum. Das heißt, setzt den aktuellen Abwärtstrend der Stunde auch fort. Also der Lauf hier, diese Bewegung nach unten hin weiter zu sehen. Dann haben wir zwei Supports. Der erste Support um die auch psychologisch wichtige Marke von 11.400 Punkten. Und darunter ein trendtechnischer Marke hier unten, das Korrektortief, um den Bereich von 11.266 Punkten. Das hier mit dem Blick in den DAX. Und da wird hier, denke ich mal, heute auch entschieden, wo die Reise Intraday herkommt, wenn die Händler tatsächlich in den Markt reinkommen. Zumindest in den Morgenstunden. Am Nachmittag wird es dann auch sehr, sehr spannend, was die Amerikaner aus den entsprechenden Vorgaben machen. Wenn wir uns das Ganze mal auch anschauen und hier nochmal auf den Nikai beispielsweise auch schauen wollen. Wir sehen es ja auch. Der Nikai ist hier mit einem Abschlag reingekommen und ist nicht richtig vom Fleck gekommen. Also man wartet auf grundsätzliche Entscheidungen. Das ist das Bild, was wir hier entsprechend auch mit sehen. Und damit wechseln wir rüber zum Gold. Und wer meinen aktuellen Blog-Eintrag schon geschrieben hat, ich mache das ja häufig gleich am Sonntag, auch weil ich da die Marktvorbereitung für den Montag mache. Und wenn es nicht zeitlich ausgeht, dann schreibe ich den Blog auch gleich fertig, weil ich weiß, wir haben auch viele nebenberufliche Trader, die sich mit sowas gerne auch vorbereiten auf die neue Handelswoche. Und wenn die Charts auch aus sind, gibt es dem einen oder anderen auch etwas Ruhe, hier ohne hin und her tickende Kerzen die Handelsvorbereitungen zu machen. Und hier aktuell eine schöne Situation, wo wir wieder sehen, das ist Korrelation vom Feinsten. Man weiß ja, Gold ist der sichere Hafen. Er wird häufig dann gekauft, wenn es an den Aktienmärkten richtig holprig zur Sache geht. Und das ist etwas, das sehen wir hier momentan auch. Die Aktienmärkte kommen momentan wieder deutlich unter Feuer. Und was passiert im Gold? Der Goldpreis, der geht hier durch die Decke. Also was wir hier letzte Woche auch erlebt haben, das ist schon ganz ordentlich gewesen. Wir haben am Freitag hier die Entstehung des Aufwärtstrends gesehen. Und der Markt hat sich nicht davon ableiten lassen, heute auch direkt in den nächsten Widerstand auch reinzulaufen. Und hier in diesem Bereich, um dieses Zwischenhoch, was wir hier haben, die Marke bei 1310 US-Dollar für die Feinunze, das ist ein Widerstandsbereich. Und hier wird es jetzt spannend, je nachdem nach Trading-Ansatz, was man haben kann. Entweder, wenn man kurz unterwegs ist, schaut man drauf, was jetzt hier passiert, ob wir hier nicht einen Rebound bekommen. Also ein Rebound, eher ein Abprall von dieser Seite her. Das heißt, dass wir im Widerstand hier oben die Verkäufe auf der Überhand sehen, so wie wir es jetzt aktuell auch haben, dass der Markt runterkommt. Oder aber, ob wir direkt hochlaufen. Wenn wir weiter direkt auch hochlaufen, dann haben wir den nächsten wichtigen Anlaufpunkt hier oben an dieser Stelle. Ich markiere es mal ganz kurz auch noch mit der richtigen Farbe. Das ist dann der Bereich, wo der nächste Markt uns, oder der nächste Drehpunkt kommt. Und zwar hier oben im Bereich dieses Hochsier. Was haben wir hier oben liegen? 13, 100 und 24. Also in diesem Drehbereich hier oben drinnen. Das ist der nächste Widerstand, der auf uns wartet. Hier ist nichts mehr viel, was uns aufhalten kann, wenn die Stärke im Markt erhalten bleibt. Da heißt das also, wenn wir hier weiter die, sag ich mal, Händler auf der Goldseite sehen, dass der sichere Hafen hohe Nachfrage erfährt, und deswegen die Preise steigen, haben wir hier das nächste Level auf der Oberseite. Mit Blick nach unten, Absicherungslevels haben wir selbstverständlich auch hier. Kurzfristiger Testbereich, die 1303-Punkte-Marke. Das ist dieses Level, wo wir hier drüber gelaufen sind und diesen grün markierten Aufwärtstrend gesehen. Beziehungsweise, wenn wir uns mal das untergeordnete Bild hier anschauen, das ist der untergeordnete Trend. Und den blicken wir uns jetzt gleich mal noch in der Stunde an, weil da sehen wir natürlich, was hier interessante Marker sind. Hier lief der Markt hoch und wirklich in diesem schnellen Hochlauf gibt es nicht wirklich viel, was man im Stundenschat ausmachen kann. Ein paar kleine Dinge sind da. Zum einen hier hat der Markt ein paar Stunden inne gehalten, um die Marke von knapp 1.287 Dollar. Und dann gab es hier zwischendrin mal noch einen Bereich, wo wir um die 1295 Dollar Marke hier losgesehen haben, die immer wieder gekauft wurden. Also das waren hier so ein bisschen Level mit markttechnischer Relevanz, wo man sieht, der wollte der Markt nicht tiefer. Hier hat er auf hohem Niveau gehalten. Hier hat er Käufer gefunden innerhalb des Außenstabes. Also dieses Level ist auf alle Fälle mal etwas, was man im Auge behalten sollte, wenn die Korrektur hier etwas tiefer geht. Und diejenigen von Ihnen, die das Ganze im kurzfristigen Bereich traden wollen, die schauen sich an, was hier in den 5 Minuten passiert. Und da haben wir nämlich an dieser Stelle jetzt die Situation, dass sich eine Umkehr ausbildet. Woher wissen wir das? Wir sehen es an folgendem Punkt. Hier, das und das. Das ist ein Doppeltop. Was ist noch weiter wichtig? Hier, das war jeweils der Tief dieses Doppeltops. Das heißt, erst einmal im Kleinen, hier sind wir erst einmal den kleinen Trend hier rausgenommen. Dann hat sich hier nichts weiter gebildet. Und jetzt laufen die 5 Minuten nach unten. Und wer das im Kleinen traden möchte, bitte auch immer wichtig, in den kleinsten Zeiteinheiten nicht zu gierig werden. Warum? Man handelt halt gegen den großen Markt. Und die 5 Minuten, die können sich so schnell rumdrehen, so schnell kann man gar nicht schauen. Aber die haben halt einen Charme. Warum? Es geht auch sehr, sehr schnell, häufig in unsere Zielrichtung. Man darf nur die Ziele hier nicht zu weit weglegen. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wo hier gute, schöne Level auch sind, dann ziehe ich es gleich mal kurz runter. Also, was wir hier sehen, wären Marken hier. Ich klemme sie einfach einmal dran, ohne das zu korrigieren oder zu, sag ich mal, groß zu erläutern. Aber das sind mal so wichtige Marker, die wir auf dem Weg nach unten zum Support haben, in den 5 Minuten. Wo wir einfach gesehen haben, hier kam der Bruch, hier ist der Trend entstanden und hier hat sich der Markt einfach immer wieder gefangen und ist nach oben getrendet. Das ist das, was wir in den 5 Minuten sehen. Und hier an diesen Stellen, das sind dann die entsprechenden Anlaufpunkte. Und wie schon gesagt, wenn hier kurzfristige Händler mit Verkaufsordos liegen, dann kann das Ganze hier den Markt nach unten sprengen. Und was wir wollen, ist ja entsprechend hier nach unten laufen und ein Stück Dynamik mitnehmen. Und das können wir dann sehr, sehr schön zur Zielplanung machen. Also hier ein paar strategische Hinweise im 5-Minuten-Shot, wo so eine kurzfristige Korrektur am Ende auch mit landen kann. Und das wäre dann auch der dritte Part für heute, die dritte Handelsidee. Ich schaue jetzt nochmal in die Chats hinein. Fragen sehe ich hier keine. Ich kann nur wie immer auffordern, nicht zu schüchtern zu sein. Bitte nutzt die Chancen, einfach mal ein paar Fragen zu stellen. Wir sind dafür morgens da. Mir macht das auch Spaß. Ich mache das sehr, sehr gerne. Ansonsten für heute. Es ist gleich 9 Uhr. Danke wieder für die Zeit. Ich hoffe, der ein oder andere konnte einen guten Trade für sich ausmachen und das Ganze dann profitabel im Portfolio umsetzen. Gleich geht es los. Ich entlasse Sie oder Euch in den Handel. Wir sehen, hören und lesen morgen wieder voneinander. Bis dahin. Tschüss.